ja kommt das kriegen wir hierhin das müssen wir immer hinbekommen ich habe die haften mission ist auch allgemein nicht so ganz einfach da ist die koppecke schon wieder die die kopf der kopf ein bisschen einfacher ansonsten müssen wir dann halt mal noch beenden tauschen ja also wir versuchen es jetzt noch einmal und was jetzt wieder nicht hinbekommen tauscht mal gar nicht die teams aus der nächste schon wieder da sorry kollegen wir brauchen euch nicht der hat noch beifahrer gehabt alles gut so und jetzt das auto nicht aufs dach legen genau ja vor allem haben wir noch funktionierenden reifen so 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 hoch 58 40 5 sold job sehr gut wir sind auch unterwegs dass wir sind unterwegs zur station ja gut dass sie da irgendwie selbst rauskommt ich würde es gerne ihr schafft das schon alles gut stil den gefängnisbus fahrplan die wasser weg jetzt einfach ganz ruhig und langsam laufen nicht irgendwie kann ich berichten sie machen schon klar kopf jetzt immer noch machen außer von vorne ja sage ich ja aber also ganz roten also immer versuch oder neustart ja ich meine aber wir machen jetzt doch mal die kopfgänger hat jemand immer das ding und danach machen wir mal ein change das jetzt nicht klappt ich werde mich unten hin und lass die gegner runterkommen Thomas das ist jetzt nur möglich nicht 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 Adon ja ... ... ... ... ... ... ... ich hab sterben du hast eigentlich keinen bisher kommst du bei dir jetzt irgendwie höre ich habe keinen sirenen alarm mehr warum auch immer ja das habe ich aber auch gerade das war aber eben auch schon aufgefallen ich höre die zwei auch gar nicht die ganze zeit ich habe mich ziemlich konzentriert zu sagen gerade vielleicht besser oder was wir sind zu los markus ok dann brechen wir jetzt hier ab und dann tauschen wir jetzt die themen zu machen der markus und ich jetzt die ich hatte ja nur gleich neu ein habe ich nicht mehr bekommen dabei habe ich ihn probiert wegzuschneiden wir starten wir tauschen die themen sie macht jetzt die kopf und wir machen die hafen mission ach ja dann machen wir jetzt nochmal so wie es jetzt war gut ok dann machen wir es halt noch mal ich dachte wir mal so alle tauschen ja wenn einer auf neustart drückt dann geht das für alle sofort das spiel dann also wir machen das jetzt wenn wir machen jetzt wirklich den letzten versuch wenn dann wir tauschen danach so ich habe sterne ich auch hier vorne kommen schon zwei autos es ist jetzt das netz auslegen konnte das ja wie gesagt der hafen ist jetzt ein bisschen schwerer wir sind safe ja 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 die kopf kommen direkt natürlich so jetzt drückt man mit der x sprechen freien modus wenn wir gerade auf neustadt gedrückt glaube ich durch das richtig gesehen aber irgendwie auf neustadt gedrückt dann würde jetzt unrecht den wird heruntergeladen meine gut dann ist alles gut gut dann aus ja ja das ist so richtig so ich hatte ich jetzt neu an und wir tauschen teams ich habe gerade verstanden von die wollen ich immer kurz sex holen pass auf jetzt sterben wir die ganze zeit weil da kommen ja die kopf auch noch zusätzlich ja ich habe da jetzt nicht so mehr die visionen kopf ich mache eigentlich wenn ich diese bevor mache sehr gerne die kopfding aber die bisschen einfacher ist aber wie gesagt alles ist gut wir uns jetzt einfach nochmal bevor ich das sehe nicht durchkriegen heute wird schon halb zwei jahren oder so kurz vor müssen wir in der nächsten hoffen nochmal versuchen so dann lade ich jetzt nochmal ein natürlich auch schwer einladung wäre dann raus einladung wäre dann einladung wäre dann einladung wäre dann